Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute möchte ich mal wieder in Lightroom dir etwas zeigen und zwar geht es um den Light & Airy Look. Da haben mich schon ein paar Leute nachgefragt, wie man so einen Look bauen kann. Ich habe generell so das Gefühl, dass ihr sehr darauf steht, wenn ich irgendwie Videos mache, wie man so bestimmte Looks in Lightroom bauen kann. Wenn dem so ist, auf jeden Fall mal ein Like dalassen und auf jeden Fall auch mal unten in die Kommentare schreiben, was für Looks ich euch mal noch zeigen soll. Aber heute geht es um den Light & Airy Look und du kannst aus solchen Bildern hier solche Bilder machen oder aus diesem Bild das Bild. Und wie das genau funktioniert, zeige ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe jetzt in Lightroom Classic hier ein Hochzeitsfoto aufgemacht, wo ich finde, dass dieser Look ganz gut passt. Und ich habe jetzt hier auch noch ein paar weitere Bilder dann, wo wir das Ganze dann auch nochmal übertragen können, sodass ihr auch seht, dass dieser Look halt tatsächlich relativ universell einsetzbar ist. Vielleicht mit ein paar kleinen Änderungen dann immer noch, gerade so was die Helligkeiten angeht, aber grundsätzlich funktioniert das eigentlich ganz gut. Wenn man sich jetzt das Histogramm anschaut, ja, das ist hier im natürlichen Licht fotografiert. Man sieht jetzt hier auch, wir haben ja so ein bisschen Licht- und Schattenspiel gehabt und gerade hier unten brennt das Ganze so ein kleines bisschen aus. Das sieht man auch an dem Histogramm, also es schlägt rechts an, es schlägt auch links an. Die Kamera konnte also nicht den kompletten Dynamikumfang von der Szenerie aufnehmen quasi, aber das ist kein Problem. Das denke ich mal, gerade bei solchen Hochzeitsbildern ist es auch völlig okay, wenn da mal so eine Kleinigkeit so ein ganz bisschen ausbrennt. Und ich will dir jetzt mal zeigen, wie ich zu diesem Look gekommen bin und ich fange bei sowas eigentlich immer den Grundeinstellungen an, weil hier kann ich als erstes mal mit der Belichtung spielen und mit den Helligkeiten in dem Bild. Als erstes werde ich mal die Lichter abdunkeln und die packe ich mal relativ stark runter, so auf ungefähr minus 90. Normalerweise bin ich nicht ein großer Freund davon, das so stark runterzuregeln, gerade wenn so Menschen im Bild sind, aber bei dem Look passt es tatsächlich dann ganz gut, vor allem wenn man draußen fotografiert mit Sonnenlicht und so weiter, da muss man doch relativ stark immer die Lichter abdunkeln. Und genauso werde ich die Tiefen auch aufhellen und die packe ich mal hier auch so auf plus 80 ungefähr. So, jetzt haben wir ja wesentlich weniger Kontrast im Bild drin. Jetzt, wenn man sich das Histogramm anschaut, rechts stößt es auch nicht mehr an. Ja, man hat hier sogar noch einigermaßen Details jetzt, auch in dem Vordergrund dort, wo auch die Sonne scheint. Wir haben alle Details hier auch vorne in dem Blumenstrauß drin, also eigentlich passt es schon mal soweit ganz gut. Ich möchte aber insgesamt trotzdem wieder Kontrast aufbauen, deswegen gebe ich den jetzt hier auch wieder mit dazu. Den stelle ich mal so ungefähr auf plus 35, kommt auch immer so ein bisschen auf das Bild natürlich an. Also ich kann jetzt nicht empfehlen, diese ganzen Werte, die ich jetzt hier einstelle, 1 zu 1 zu übernehmen, sondern du musst dann natürlich immer von Bild zu Bild ein bisschen gucken, ob das passt oder nicht. So, und dann werde ich insgesamt die Belichtung noch ein bisschen hochdrehen, weil du hast ja vielleicht festgestellt, ich habe insgesamt ein bisschen, ein kleines bisschen unterbelichtet das ganze Bild, obwohl da ausgebrannte Stellen auch noch drin waren, aber trotzdem ist es ein kleines bisschen zu dunkel gewesen, für meinen Geschmack zumindest. Und gerade in diesem Look möchte ich ja einen möglichst hellen Bildlook haben. Und deswegen werde ich jetzt hier die Belichtung insgesamt wieder ein Stück höher drehen. Schauen wir mal, so sieht es eigentlich schon ganz gut aus, so plus 1,1 ungefähr. Wir haben jetzt hier so ein paar Stellen in dem Blumenstrauß drin, ja, die sind ein bisschen überbelichtet. Da kann man später auch nochmal dann lokal rangehen und die dann nochmal so ein kleines bisschen verbessern. Aber so insgesamt gefällt mir das eigentlich soweit ganz gut, dass das Histogramm so ein kleines bisschen nach rechts zeigt, ohne dass es hier auf der rechten Seite anstößt. So, und dann haben wir noch die Weiß- und die Schwarzwerte. Und die Schwarzwerte werde ich jetzt als erstes mal ein kleines bisschen noch runterziehen für den Kontrast. Und die Weißwerte werde ich auch ein kleines bisschen runterziehen, gerade damit man solche Stellen wie an dem Blumenstrauß jetzt hier nochmal so ein kleines bisschen kaschieren kann. Dann bin ich immer ein großer Freund davon, die Klarheit ein kleines bisschen runterzuregeln. Gerade so bei Hochzeitsbildern oder generell bei Bildern, wo Menschen drauf sind, wo man auch offenblendig fotografiert, die möchte ich eigentlich immer ein bisschen softer haben, diese Bilder. Deswegen drehe ich die Klarheit an dieser Stelle ein kleines bisschen runter. Aber dafür den Dunst entfernen, den drehe ich dafür so ein kleines bisschen hier nach oben, um auch nochmal so ein bisschen Kontrast in das Bild reinzubringen. So, und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, so von der Helligkeit her. Wie gesagt, man kann später noch ein bisschen lokal arbeiten, um das hier noch so ein bisschen auszubessern. Aber so das grundlegende Konzept von der Helligkeit gefällt mir jetzt hier erstmal diesem Bild sehr, sehr gut. Dann können wir uns als nächstes um die Farben kümmern. Und da stelle ich als erstes den Weißabgleich mal ein. Der Weißabgleich ist immer so das Wichtigste, immer so der Ausgangspunkt, um die Farbigkeit eines Bildes zu bestimmen. Und die würde ich jetzt hier erstmal ein bisschen höher stellen, die Temperatur. Weil 4.350 Kelvin ist definitiv zu kalt, zu kühl für eine Draußenszenerie. Normalerweise sagt man immer so, in der Filmbranche zum Beispiel, so 5.600 Kelvin ist so bei Sonnenlicht eigentlich immer angebracht. Und deswegen würde ich das Ganze jetzt hier auch mal so ein kleines bisschen mehr in die Richtung drehen. Ich muss sagen, 5.600 Kelvin finde ich fast ein bisschen viel. Ich würde es ein kleines bisschen runterdrehen, so auf 5.200 vielleicht. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Da ist es immer noch relativ warm. Vielleicht drehen wir es sogar auf 5.000 einfach runter. Und wie gesagt, du kannst ja dann jederzeit hergehen und das noch nach Belieben einstellen. Aber ich glaube, für dieses Bild hier passt 5.000 ganz gut. Und die Tonung würde ich, glaube ich, auch so ein kleines bisschen weiter noch Richtung grün setzen. So, dass es nur noch bei plus 8 ungefähr ist. Ja, ich denke mal, das gefällt mir soweit ganz gut. Und ich werde auch noch so ein ganz kleines bisschen die Dynamik rausnehmen. Weil es ist mir doch ein kleines bisschen zugesättigt, dieses Bild. Ein bisschen nehmen wir hier noch raus davon. Okay, soviel erstmal zu den Grundeinstellungen. Das sieht für mich erstmal soweit ganz gut aus. Die schließe ich jetzt erstmal wieder und wir gehen als nächstes in die Kalibrierung rein. Denn dort möchte ich weiter an den Farben arbeiten und erstmal so einen Grundlook erzeugen für dieses Bild. Und da möchte ich als erstes hier die Tonung in den Schatten einstellen. Also ich kann jetzt hier in diesem Regler bestimmen, sollen die dunklen Bildbereiche eher ein bisschen grünig sein. Oder eher ein bisschen magentalastig. So sieht es irgendwie so ziemlich alt aus, das Foto. Ja, und so in die Richtung natürlich ist es auch viel zu doll. Aber ich möchte tatsächlich die Tonung so ein bisschen ins Negative ziehen. Also die Schatten möchte ich noch so ein bisschen grün einfärben. Das passt für den Look hier einfach ganz gut. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber das werden wir gleich noch in der HSL-Tabelle wieder ein bisschen korrigieren. Und dann gucken wir uns noch die einzelnen Primärwerte an. Hier gibt es einmal Rot, Grün und Blau. Und hier kann ich in jedem Farbkanal quasi den Farbton noch an sich verstellen. Und als erstes möchte ich jetzt hier mal die Rotwerte so ein kleines bisschen nach rechts ziehen. So auf plus 15. Dann gefällt mir hier die Haut schon wesentlich besser. Die war mir gerade eben alles ein bisschen zu orange. Die Grünwerte, die möchte ich so ein bisschen mehr Richtung Gelb ziehen. Das ist so ein bisschen, ja so ein bisschen herbstlicher irgendwie wirkt. Das ist mir sonst zu viel Grün. Und ich kann auch noch hier die Blauwerte so ein kleines bisschen nach links ziehen. Packen wir so ungefähr mal so auf minus 20. Ja und jetzt sieht es von der Farbigkeit schon wesentlich besser aus. Das können wir vorher nachher machen. Nur alleine die Kalibrierung. So sah es vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Und es sieht irgendwie ein bisschen harmonischer aus, finde ich. Man kann hier auch die Sättigung von den Blauwerten noch so ein kleines bisschen nach oben ziehen. Dazu hatte ich letztens auch ein Video gemacht. Das gibt dem ganzen Bild nochmal so einen extra Kick. Ich finde das immer ganz cool. Ja, muss man jetzt hier nicht so doll machen, aber man kann sie so auf plus 10 ungefähr stellen. Und das sieht gut aus. So, dann haben wir die Kalibrierung auch fertig. Und dann gehe ich als nächstes in die HSL-Tabelle rein. Denn jetzt können wir hier noch die Feinarbeit machen. Ja, also wir haben jetzt dem ganzen Bild einen Grundlook gegeben. Und in der HSL-Tabelle machen wir jetzt noch die Feinheiten. Und ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich möchte noch so ein bisschen an den Hauttönen arbeiten. Und deswegen werde ich als erstes hier mal mit dem Orange so ein bisschen arbeiten. Das Orange, also das ist mir noch ein bisschen zu rötlich irgendwie. Deswegen ziehe ich das mal noch so ein kleines bisschen weiter Richtung Gelb. Und jetzt gefällt mir die Haut hier auch schon so ein kleines bisschen besser. Und ich bin auch bei dem Look vor allem ein Freund davon, die Blautöne mal so ein bisschen weiter Richtung Aquamarine zu ziehen. Also wir haben ja hier auch ein paar Blautöne drin mit dem Anzug hier zum Beispiel. Oder auch hier in dem Blumenstrauß. Und ich finde, ja das hat irgendwie was, wenn man das so ein bisschen Richtung Aquamarine zieht. Dann geht es als nächstes in die Sättigung rein. In der Sättigung, da möchte ich jetzt auf jeden Fall die Orangetöne noch so ein bisschen entsättigen. Einfach weil die Hauttöne sonst zu krass sind. Die packe ich mal so auf minus 10. Und dann werde ich auf jeden Fall das Grün ein bisschen entsättigen. Weil das ist natürlich auch viel zu stark hier im Hintergrund. Das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Da müssen wir noch so ein bisschen was fein justieren. Und schaut euch mal an, wie das jetzt aussieht, wenn man das hier so auf minus 30 stellt. Die Sättigung der Grünwerte. Dann sieht das Ganze schon wieder wesentlich harmonischer aus. Und genauso gut möchte ich auch das Aquamarine, auch wenn wir jetzt nicht viel Aquamarine drin haben, und das Blau genauso, auch noch so ein kleines bisschen reduzieren. Und als letztes können wir hier noch in die Luminanz reingehen. Das heißt, so die Helligkeitswerte der einzelnen Kanäle auch nochmal so ein bisschen ansteuern. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, die Haut gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Aber so ein kleines bisschen heller könnte sie zum Beispiel noch sein. Dann packen wir diese auf plus 10. Die Gelbwerte. Da haben wir besonders viele jetzt hier auch nochmal hinten im Hintergrund in den Bäumen drin. Die könnten wir auch nochmal so ein bisschen heller machen. Die stelle ich mal so auf plus 40. Einfach, um hier auch noch ein bisschen mehr Punch reinzugeben. Und genauso gut auch die Grüntöne. Die können wir hier auch nochmal richtig schön ein bisschen nach oben ziehen. Und jetzt kommen wir so langsam dem Ganzen wirklich richtig schön nah. Auch die Blauwerte können auch ein bisschen heller gemacht werden. Jawohl. Packen wir sie mal so auf ungefähr plus 30. So, das sieht auch schon richtig, richtig gut aus, wo wir jetzt sind. Und vielleicht können wir noch so ein kleines bisschen Color Grading machen. Ich mache jetzt die HSL-Tabelle hier nochmal zu und gehe nochmal so ein bisschen ins Color Grading rein. Und ich kann jetzt hier noch so ein bisschen mit den Lichtern und den Schatten arbeiten. Ich fange mal mit den Lichtern an. Ich möchte die noch so ein kleines bisschen wärmer machen. Also ich werde jetzt hier mal so ein kleines bisschen in die Orange-Schwerte reingehen und das Ganze so ein kleines bisschen hier von der Sättigung noch verstärken. Aber auch nicht viel. Also wenn ich das jetzt zu doll machen würde, würdet ihr ja sehen, was da passiert. Aber wenn ich das wirklich nur so ein ganz kleines bisschen mache, finde ich, hat das Ganze was. Und genauso können wir das auch in den Schatten machen. Auch die können wir so ein kleines bisschen noch hier ins Orangene ziehen und damit das ganze Bild so ein kleines bisschen wärmer noch gestalten. Jetzt kann ich hier unten noch überblenden sagen. Also soll das hier ein bisschen mehr überblendet werden? Ich glaube fast, ich stelle das hier mal auf plus 100 und dann sieht das doch richtig gut aus, was wir hier gemacht haben. Einfach nochmal ein kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher und nachher. Vorher und nachher. Und das ganze Bild ist jetzt wesentlich heller geworden. Ja, es hat jetzt hier diesen typischen Light-and-Ary-Look. Ich finde es auch schön, dass jetzt hier das Ganze so ein bisschen wärmer gestaltet ist. Aber wie gesagt, das kannst du natürlich für deinen eigenen Look dann noch kreieren, wie du möchtest. Also du kannst es genauso gut auch ein bisschen kühler gestalten von den Farbwerten und so weiter. Ich finde es halt ganz schön, dass es so, wie es jetzt ist, hier alles ein bisschen wärmer ist. Und jetzt könnte man natürlich zum Schluss noch, wie ich schon gesagt habe, mit einer Maske hier so ein bisschen arbeiten. Ich könnte jetzt hier so einen Radialverlauf zum Beispiel mal über den Blumenstrauß hier ziehen. So. Können wir auch ein bisschen größer machen. Und das Schöne ist jetzt, dass wir ja auch tatsächlich jetzt hier gar nicht mehr so genau arbeiten müssen. Denn ich kann jetzt diese Maske ganz einfach noch mit gedrückter Options- oder Alt-Taste mit einer Schnittmenge versehen. Und dann sagen, ich möchte jetzt hier noch den Luminanzbereich auswählen. Weil ich möchte natürlich jetzt hier nicht das Ganze außenrum noch bearbeiten, sondern ich möchte ja wirklich nur die hellen Stillen in dem Blumenstrauß hier bearbeiten. Und deswegen werde ich jetzt hier vom Luminanzbereich das Ganze einfach mal wirklich nur so weit beschränken hier. Dass wir wirklich nur die hellsten Bildbereiche drin haben. So. Zack. Und jetzt sieht das ja schon wesentlich besser aus. Und wenn ich jetzt hier die Belichtung nochmal ein kleines bisschen runterdrehe, dann kriegen wir da auch wieder mehr Details rein. Also minus 0,6 ungefähr. Und jetzt haben wir hier auch wirklich wieder schön Details in dem Blumenstrauß drin. Also, wie gesagt, da kann man sehr schön dann noch hier lokal auch noch kleine Stellen bearbeiten, falls da was auffällt. So. Dann klicke ich hier erstmal auf Fertig. Und jetzt kann ich hier einfach mal alles kopieren, was ich gerade gemacht habe. Alles auswählen. Außer jetzt vielleicht die Maske. Die würde ich jetzt mal rauslassen. Sage einmal kopieren. Und jetzt gehe ich mal auf das nächste Bild. Dieses Bild. Das ist ja auch an dem Tag entstanden. Jetzt drücke ich hier einfach mal Command und V, um das Ganze wieder einzufügen. Und schon haben wir den gleichen Bildlook hier auch auf dem nächsten Bild drauf. Sieht auch richtig cool aus, oder? Passt ziemlich gut. Könnte man jetzt noch so ein paar kleine Einstellungen machen, aber grundsätzlich finde ich, passt es richtig gut. Und gucken wir doch mal noch bei dem nächsten Bild. Hier haben wir relativ wenig Grün mit dabei. Ich drücke einfach mal hier wieder einfügen. Und auch hier finde ich, sieht es richtig gut aus. Vielleicht ist es hier ein kleines bisschen zu warm. Hier müsste man nochmal so ein kleines bisschen jetzt an den Hauttönen arbeiten. Aber grundsätzlich haben wir sofort einen schönen Light and Airy Look drauf. Soviel also zum Thema Light and Airy Look. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wie gesagt, du kannst auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben, wenn das so ist. Und schreib gerne in die Kommentare unten, was für Looks du noch sehen möchtest. Und ansonsten, wenn du mehr über Lightroom wissen möchtest, dann schau einfach auch mal auf meinem Online-Store vorbei, denn dort gibt es Videokurse, die wirklich über mehrere Stunden gehen, wo ich dir alles von A bis Z genau erkläre, wie Lightroom funktioniert. Das gibt es sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Das ist also auf jeden Fall für jeden etwas mit dabei. Und ansonsten kannst du mir natürlich auch auf Instagram folgen oder jetzt auch neu auf Vero. Falls du auf Vero schon bist, dann folge mir auf jeden Fall auch dort und höre auf jeden Fall auch mal in meinen Podcast rein. Landscape Hunter heißt ja, gibt es auf allen verfügbaren Podcast-Plattformen. Den Link dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Wie zu allem, was ich dir jetzt gerade eben gesagt habe. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du da auch mal reinhörst. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.